Hallo und herzlich willkommen im Skigebiet Kitzbühel. Hier ist wieder Simone Ober, eure Kitschi-Reporterin. Ich befinde mich heute bei traumhaftem Wetter im DC Park Kitzbühel auf der Hangeralm. Was den Shreddern hier so alles geboten wird, das wird uns jetzt Parkdesigner Franz Lechner im Detail erzählen. Franz, du bist ja Headshaper da heroben. Wie schaut so ein Tagesablauf aus? Ja, es kommt ganz auf den Tag drauf an, an so traumhaften Tagen wie heute. Es ist natürlich einfach, du fährst drauf, kontrollierst den Park, ob es alles in Ordnung ist, ob er sicher ist. Und dann ist der Tag eigentlich für dich vorbei bis zum Abend. Und abends wird dann der normale Re-Shape gemacht, damit es für den nächsten Tag wieder alles passend ist. Oder es gibt Neuschnee, dann wird unter dem Tag der Park ausgegraben, damit er so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist. Was macht den Snowpark Kitzbühel so besonders? Äh, es ist eigentlich ganz einfach. Der Snowpark ist super gelegen. Er hat einen kurzen, relativ kurzen Lift, ist fast auf die ganze Liftlänge befahrbar. Das Herzstück vom Park ist eine Dreier-Kicker-Combo, die sehr gut angenommen wird von Freeskiern wie Snowboardern. Und rundherum mit Boxen, Rails ist alles geboten, was das Freeskierherz so begehrt. Auch der Ski-Club Kitzbühel trainiert mit seinen Freestyle-Gruppen regelmäßig darin und die stellen schon gewisse Ansprüche an den Park. Wo kann man Infos nachlesen oder gibt es da irgendeine Homepage? Die Homepage vom Park direkt wäre snowpark-kitzbühel.at oder man kriegt auch aktuelle Informationen auf Facebook unter Snowpark Kitzbühel. Das ist auch eine Webcam, glaube ich, gell? Eine Webcam gibt es auch seit der heurigen Saison, die steht unten im Mainpark und die ist sicher immer ganz interessant für die aktuelle Lage zum Checken. Vielen Dank, Franz, danke für deine netten Worte und ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Danke, euch auch.